TESTIBOY 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 Moin Leute, ich bin's wieder, euer TESTIBOY Willkommen zum neuen Video Heute mal was anderes und zwar folgendes Eigentlich wollte ich heute eine Drohne aufnehmen, aber draußen ist Windstärke 1000 und es ist so ultra stürmisch und deswegen kann ich leider nicht fliegen und ich dachte es ist jetzt auch Quatsch wenn ich euch jetzt hier nur die Drohne zeige und hier ein bisschen im Raum rumfliege, das macht irgendwie keinen Sinn Ich hoffe ihr versteht mich, weil es ist echt mega stürmisch und deshalb dachte ich, bestellen wir heute mal Sachen bei WISH Da mir auch die Sachen langsam ausgehen und WISH irgendwie mit dem Versand nicht hinterher kommt Ich habe zwar noch ein, zwei Dinge hier aber die hatte ich entweder schon auf meinem Kanal oder ich brauche noch ein paar Sachen um das vorzubereiten denn heute ist leider Sonntag und ich kann nichts einkaufen Deshalb dachte ich, machen wir heute mal eine spielerische WISH-Verstellung und ich würde sagen Let's go! Und zwar, ich habe mir Folgendes überlegt und zwar habe ich mir gedacht ich habe hier so einen Würfelbecher und ich gehe jetzt auf die Startseite hier von WISH und dann würfel ich mit zwei Würfel Ich habe einen roten und einen blauen und ich würfel jetzt und der blaue ist immer für die Reihe nach unten und der rote zur Seite und das bestellen wir und ich würde sagen wir bestellen 5 Sachen und ich würde sagen Let's go! der Hase Wir sind hier schon auf der WISH Startseite ihr könnt das sehen Ja, ich würfel einmal So, der blaue ist jetzt für die Reihe nach unten Das heißt hier 1, 2, 3, 4 und dann haben wir eine 6 dann gehen wir einfach 6 zur Seite Das heißt, den ziehen wir mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ja, Moin VTEC Ich bin Honda Ich fahre Chirocco Das heißt, kann ich zwar nicht gebrauchen aber kommt natürlich mit in den Einkaufswagen Das habe ich ihm jetzt schon mal hier so ein super geiles Scheiß Teil Falls ich da jetzt nochmal raufkomme würfel ich einfach nochmal So, wir starten wieder oben und Diesmal haben wir 5 runter und 4 zur Seite Das heißt 1, 2, 3, 4 5 runter und 4 zur Seite 1, 2, 3, 4 Ja, Disco-Licht Alles klar Alles klar, Disco-Licht bestellen wir auch Achso, Größe W Dann nehmen wir 1 Pick EU Kaufen So, kommen wir auch direkt gleich zum nächsten 5 runter, 2 zur Seite 1, 2, 3, 4 5 runter und 2 zur Seite Alter Was soll ich denn mit dem ganzen Kram Jetzt haben wir hier einen elektronischen Schleifer Oder für eine Kettensäge Wir nutzen zwar eine Kettensäge, weil wir Holz machen Aber das ist auch wieder Leute was Ja, kaufen, komm Ist auch zum Warenkorb hinzugefügt Ich würde sagen, wir ändern das ein bisschen Ab hier, wo wir jetzt waren Von dem Schleifgerät Machen wir jetzt direkt weiter 3 runter, 1 zur Seite 1, 2, 3 und 1 zur Seite Was ist das? Ein Messerset Geil Scheiß Ja, bestellen, wa? Let's go der Hase Einer geht noch Ja, einer geht noch Wir haben auch erst 5 Minuten Aufnahme, deswegen Da geht noch was Wir haben 1 runter, 6 zur Seite 1 runter ist die Jacke Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eine schöne gefälschte Jacke In Farbe Welche nehmen wir denn? Ich würde sagen, wie in einem schwarz-grün Das sieht am geilsten aus Einmal noch, würde ich sagen Nächstes Produkt 2 runter, 3 zur Seite 1, 2 1, 2, 3 Ja, Tordellini Dings Ravioli Machtgerät Teil Ja Plastik oder Stahl Plastik, komm Eis Kaufen So, meint ihr, einer geht noch? So, und dann würde ich sagen Machen wir noch eine letzte Sache Und dann Ja, dann war's das Was ist die Geschichte? 1 runter, 6 zur Seite Ich habe jetzt aus Versehen die Seite immer neu geladen Deswegen fangen wir jetzt von vorne an 1 runter und 6 zur Seite 1, 2, 3, 4, 6 Nein Nee, Frauenduschgel Nee Leute Ich würde noch mal 2 runter, 5 zur Seite 2 runter, 5 zur Seite 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 Was ist das? Grinder, Disc, Chain, Bruder Das ist irgendwas für eine Flex oder so Nee, wir würfeln noch mal Was soll ich damit? Ich habe... Nee 5 runter, 2 zur Seite 1, 2, 3, 4, 5 Und 1, 2, 7 Chromfolie Eine Größe Kaufen So Also Wir haben jetzt folgendes Und zwar haben wir jetzt hier Fangen wir oben an Die Chromfolie Dann sind wir bei Dann haben wir hier dieses Teig Totemini-Dings Bums Die Jacke Ein Messerblock Ein Schleifgerät Für eine Kettensäge Disco-Licht Und dieses V-Tech-Ding Ja Wie ihr seht hier Wish Wieder alles am Start 57 Euro Für so ne Scheiße Ja Ich würd sagen Bestellen So Wir haben bestellt Ihr seht's hier Vielen Dank für deine Bestellung Moin Alles gekauft So Leute Habt ihr übrigens schon meinen neuen JP Performance Kalender gesehen? Ich hab ja den von letztes Jahr den Kalender schon Der von dieses Jahr ist gestern gekommen Ich weiß nicht wie affiniert mit JP Performance sein Ich bin mega Fan Und hab natürlich den Kalender 22 hier auch Ja Ich Wollte einmal fragen Und zwar Ich hab jetzt ja ein neues Format gemacht Einmal dem Wetter geschuldet Und weil ich ein paar Ideen hatte Und Wie findet ihr dieses Format? Habt ihr Bock noch mehr auf sowas? Habt ihr vielleicht mal Bock auf die Community bestellt? Oder entscheidet was bestellt wird? Oder Andere Ideen fandet ihr das mit dem Würfeln jetzt cool? Sobald die Sachen da sind Gibt's natürlich ein Video dazu Und Ich hab so ein paar Ideen Meinen Kanal ein bisschen noch zu verändern Ich plane auch zu vloggen Ich weiß nicht ob ihr da Bock drauf habt Wenn ja könnt ihr es ja mal unten in die Kommentare schreiben Genauso wie solche Formate wie Sowas wie jetzt Ich würfel meine Bestellung Oder ich bestell blind bei Wish Oder ich bestell bei Amazon was Oder Was haltet ihr davon? Schreibt's mir doch mal unten in die Kommentare Habt ihr vielleicht noch selber Ideen Oder wünsche Die ich auf meinem Kanal Als Tessiboy Verwirklichen kann Dann würde ich mich sehr freuen Wenn ihr es unten reinschreibt Und Dann würde ich sagen Heute gibt's leider nichts zu gewinnen Sobald die Sachen da sind Werden sie natürlich verlost Ihr könnt jetzt schon aktiv Unten an der Verlosung teilnehmen Einfach unten in die Kommentare schreiben Und dann würde ich sagen Wir sehen uns morgen 18 Uhr wieder Wenn's wieder heißt Wish Samba Haut rein Bis morgen Ciao